Gamescom 2019, Halle 7 Der Playstation-Stand ruft! Hinter den riesigen blauen Wänden könnt ihr dieses Jahr viele kommende Playstation-Titel ausprobieren oder auf Herz und Nieren testen. Für alle, die leider nicht vor Ort sein können, haben wir in diesem Video alle Infos. Und alle, die die Gamescom noch unsicher machen wollen, bekommen schon mal einen Vorgeschmack auf das, was sie erwartet. Zu Marvel's Iron Man VR und Death Stranding liefern wir euch noch ein extra Video. Damit ist der Playstation-Stand aber bei weitem noch nicht abgedeckt. Eine Demo, die uns ein breites Grinsen auf die Gesichter gezaubert hat, ist außerdem ein alter Bekannter. Sir Daniel Fortescue meldet sich mit Medieval auf der Playstation 4 zurück. Oh Junge, was haben wir Retro-Gänsehaut. Irgendwie ist alles wie damals auf der Playstation 1 und gleichzeitig auch wieder nicht. In der Demo könnt ihr in den ersten Leveln wieder kräftig euer Schwert schwenken. Grafisch sieht das Ding einfach Bombe aus. Gleichzeitig hat man aber auch die Spinnweben von einigen der nicht mehr ganz so zeitgemäßen Spielmechaniken und Kamerawinkel entfernt. Also quasi eine Jugendkurve. Wobei fraglich ist, ob die Bayern V das Spiel überhaupt noch was bringt. Who knows? Was uns außerdem hart geflasht hat, ist Dreams. Nun ist es so, dass man versuchen könnte, Dreams zu erklären, aber dem Spiel nicht so richtig damit gerecht wird. Dreams ist ein Editor. Dreams ist aber auch ein Spiel. Mit Dreams kann man Musik komponieren, malen, animieren, programmieren. Mit Dreams kann man halt alles machen. Und aus genau diesem Grund empfehlen wir euch wärmstens, probiert Dreams aus oder lasst es euch zumindest vor Ort zeigen. In diesem Spiel steckt so unglaublich viel und gleichzeitig ist es aber auch noch ein grandioser Multiplayer. Und was wir damit genau meinen, erfahrt ihr wie gesagt echt am besten, wenn ihr am Playstation Stand vorbeischaut. Ähnlich künstlerisch, aber mit einer anderen Prämisse geht's bei Concrete Genie zu. Wir haben euch ja schon vor gar nicht allzu langer Zeit mal tiefer ins Spiel schnuppern lassen. Jetzt könnt ihr auf der Gamescom selbst den Pinsel schwingen. Für mehr Infos zum Spiel, klickt einfach auf das Video oben in der Infobox. Es sei so viel gesagt, wir wissen noch alle, wie stressig die Gamescom manchmal sein kann. Mit Concrete Genie könnt ihr perfekt für eine Weile entspannen. Was außerdem zur Gamescom gehört, sind Freunde. Was bietet sich da besser an, als zusammen die DualShocks zu bedienen? Im Fall von Ready Set Heroes könnt ihr ein paar Monstern im Koop das fürchten lernen. Der, alle mal aufpassen, Koop-Dungeon-Crawler und Arena-Brawler ist nämlich auch auf dem Playstation-Stand anspielbar und bietet viel Fun und einen putzigen Look. Neben den hauseigenen Games hat Playstation dieses Jahr außerdem ein paar Freunde eingeladen. Einer davon hört auf den Namen Final Fantasy VII Remake. Und kann sogar angespielt werden. Lange. Lange haben wir darauf gewartet, wieder mit Cloud Strife und seinen Freunden Gaia zu retten. Dass das nie schöner aussah, brauchen wir euch echt nicht zu erzählen. Dass es sich richtig gut spielen lässt, schon. Es ist wirklich schön zu sehen, dass die Entwickler nicht einfach nur die Grafik aufgebohrt haben. Nein. Man hat sich auch angeschaut, was man in Gameplay verbessern kann, ohne dabei seine Wurzeln zu vergessen. Ähnlich geht es uns auch mit dem neuen Call of Duty Modern Warfare. Der Name ist halt Programm. Das heißt aber nicht zwangsläufig, dass man sich bei der Entwicklung zurückgehalten hat. Gerade beim Multiplayer haben Infinity Ward die Chance genutzt und sich richtig ins Zeug gelegt. Vor allem der neue Gun-Find-Modus sorgt für extrem viel Spannung. Die Schreie zwischen Jubiläum und Rage-Mod sind schon durch die ganze Halle hörbar. Im 2 gegen 2-Modus mit komplett random verteilten Loadouts siegt halt manchmal der Mut über die Taktik. Oder auch umgekehrt. Macht euch einfach selbst ein Bild. Ansonsten gibt es ja noch mehr Infos zu Modern Warfare im Video oben in der Infobox. Euch ist mehr nach Wettkampf auf armes Länge? Ihr wollt gucken, wer der King in Sachen Backenfutter verteilen ist? Wollt aber dabei nicht auf super cuten Anime-Look verzichten? Dann ist Granblue Fantasy Versus genau das Richtige für euch. Ah okay, die Features klingen jetzt schon ziemlich speziell. Granblue hat aber noch einiges mehr in petto. Entwickler Arc System Works hat sich nämlich auf Beat'em Ups spezialisiert. Was die Spiele vor allem visuell interessant macht, ist die 2,5D-Optik. Das Team setzt nämlich 3D-Modelle der Kämpfer ein und reduziert ihre Animationen so sehr, dass das Spiel selbst nach reinem 2D aussieht. Das waren jetzt echt viele Dimensionen. Was das für euch bedeutet, ist, dass Finisher und Kombo-Animationen viel fetter aussehen, als es in reinem 2D möglich wäre. Falls euch das zu konfus war, guckt einfach wie gesagt am Stand vorbei und macht euch selbst ein Bild. Im Übrigen gilt das auch für Control. Was das Spiel so genial macht, erzählen wir euch am Montag. Wer sich davor aber noch ein Bild machen will, der kann das natürlich am Playstation-Stand machen und gucken, was im Oldest House so abgeht. Neben all den Spielen gibt es aber auch noch Bühnenprogramme. Dort erwarten euch Gäste, Turniere und exklusive Ankündigungen. Also kommt uns auf dem Playstation-Stand in der Halle 7 besuchen. Ansonsten erzählen wir euch natürlich diese Woche auch noch, was es sonst so auf der Gamescom zu sehen und zu zocken gab. Es lohnt sich also immer wieder auf diesen Kanal vorbeizuschauen. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis bald, Leute. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald.